Was geht ab meine hübschen YouTube-Freunde und herzlich willkommen wieder mal auf Mitmann Live. Baustelle geht weiter, selbstverständlich, aber ich wollte euch auf dem Laufenden halten und zeigen wie das aktuell aussieht. Für mich wird es auch richtig geil sein in der Zukunft einfach wieder mal das Video anzuschauen und zu sagen, schaut mal wie das Ganze aussieht. Der Hammer wird aktuell von A nach B gefahren, von A nach B zurückgezogen und und und. Ihr wisst ja, das Getriebe ist der Fekrückwärtsgang, funktioniert nicht, vorwärts kann ich fahren. Lieber Bauer, der sich im Hintergrund befindet, da wo mein Fahrzeug gerade in der Nähe drauf steht, ja, da haben wir ihm ein bisschen Erde versaut. Aber ich habe schon ihm versprochen, dass wir mit einem Ortsvorsteher das gerade machen. Da wird es neu eingesehen, dann sieht es wie neu aus, weil ich habe auch gesagt, für mich soll das einfach nur geil aussehen, weil für uns wäre das auch nicht so schön, wenn jetzt die Erde einfach durcheinander wäre, das wäre auch mein Anblick. Also ihr werdet das Haus von außen und von überall noch sehen, aber ich würde euch gerne mal zeigen, was bis jetzt so geschehen ist, was jetzt gerade noch gemacht wird. Und circa der Termin zur Neueröffnung meiner Werkstatt wird am 1. Juni sein. Ich hoffe, bis dahin läuft alles glatt, weil der Mike wird bei uns anfangen zu schaffen, noch ein paar andere Mitarbeiter kommen dazu und, und, und. Ihr werdet sie alle kennenlernen, natürlich werde ich sie euch alle vorstellen. Schön, dass ihr alle so brav kommentiert, so brav auch Diagnosegeräte kauft und dass ihr dem Support keine Ruhe lässt. Danke euch dafür. Also schaut mal, hier stehen wir vorne, vor der Werkstatt. Also das sieht ein bisschen anders aus wie davor, ich weiß nicht, wie das letzte Video ausgesehen hatte. Da sind die schweren Geräte, da kommt der Anbau hin. Wie der sein wird, seid mal gespannt. Wird richtig schön, das Tor kommt raus, Wand wird versetzt. Und, 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 schönes Fenster, oder? Ne, da haben wir das Ganze erstmal zugemacht. Da kommt ein Sicherungskasten hin. Leerrohr. Ah, hinten sieht sogar ein bisschen ordentlicher aus. Schaut mal, die Fläche, jeder der bei uns so dran vorbeiläuft, der erkennt immer wieder einen Unterschied, was da ist. Der Pool wird noch gemacht. Aber, hier das Schmuckstück. Wir stehen hier in der Mitte vom Büro, wo ihr mich oder die Mitarbeiter dann sehen werdet, die da für euch am PC alles Mögliche tun, damit ihr zufrieden seid. Da wird unser Bremsenprüfstand sein. Da wird natürlich nicht das Tor sein, sondern das wird auch versetzt. Der Anbau kommt da hin. Ihr werdet sehen, wie geil das aussehen wird. Aber, kommen wir erstmal rein. Ich hoffe, ihr seht da was. So. Juch. Herzlich willkommen in der Werkstatt. Da wird eine neue Treppe dran gebaut. Oben werden wir dann das Lager von unseren Diagnosegeräten haben. Ihr könnt sehen, dass das Dach schon gedämmt wurde. Oder fast gedämmt wurde. Da kommt auch ein neues Dach drauf. Elektrik wurde neu durchgezogen. Wird natürlich vom Elektrikermeister abgenommen. Und hier können wir auch sehen. Am Anfang haben wir angefangen zu spachteln. Da hat, also uns zu dämmen von innen. Und dann haben wir festgestellt, okay, dann können keine Schrauben. Da darf er schraubt werden. Und sicherheitstechnisch und wegen dem und dem und dem und dem und dem. Mussten wir komplett umplanen, was wir aus der Werkstatt machen. Deswegen sieht es in der Werkstatt so aus. Aber das Schöne ist, Leute, wir haben zwei Türen drin. Und glatte Wände. Bis Ende der Woche sind die ganzen Wände schon alle sauber verputzt. So, der Plan. Feiner Putz kommt da drauf. Hier wird die Hebebühne sein. Da kommt ein toller Boden rein. Das wird abgezogen bis nach hinten. Eine Genehmigung habe ich für die Werkstatt, aber ohne einen Ablauf. Deswegen kommt hier auch kein Ablauf hin. Und schaut mal. Was das Schöne ist, wenn wir irgendwas aufhängen möchten, haben wir hier auch. Schreibt mir als Kommentar, wie das Ganze heißt. Dann Riehgipsplatten obendrauf. Davor hat ein sehr lieber Kollege uns das verspachtelt gehabt. Hat Stöber-Duo dahinter gemacht zum Dämmen und so weiter. Aber da wir da auch doch keine Kabel verstecken können und so weiter und so fort, haben wir umdisponiert und haben das jetzt so gemacht. Da werdet ihr euch auch erfreuen über die neuen Spanndecken, was da hinkommen werden. Hier wird das Tor rausgerissen. Machen wir mal so eine Ansicht. Ein bisschen kleiner. Wenn die Bühne hier sein wird, werden dann dort die anderen Maschinen stehen. Das werdet ihr noch sehen. Hier wird der Bereich sein, wo ein Arbeitstisch stehen wird. Da werdet ihr dann einen ausgebauten Motor sehen, wo überholt wird und so weiter. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Arbeit, wenn das mal zu Ende ist mit der Baustelle. Und dann seid ihr auch alle herzlich willkommen. Wir haben auch schon Termine aufgenommen auf Anfang Juni. Wir sind jetzt voll bis Juli sogar. Also hoffe ich, dass es im Juni auf jeden Fall losgehen wird. Und dann werden wir mit euch auch immer wieder Diagnosegeräte, Schulungen machen. Da werde ich euch verschiedenste Diagnosegeräte präsentieren. Auch das ADAS kommt hier rein. Ihr wisst wahrscheinlich, was ADAS ist, wenn ihr Profi seid. Wenn nicht, dann einfach nachgoogeln. Wir werden hier im Umkreis fast die einzigste Werkstatt sein, wo ADAS die ganze Sensorik einlernen wird. Wir werden uns zusätzlich auch auf Elektrofahrzeuge nicht fokussieren, sondern richtig geil schulen lassen. Damals, wo ich beim Porsche noch gearbeitet habe, war ich ja in der Prototypenabteilung vom Taycan. Taycan, jetzt kann ich es ja öffentlich sagen, ja, ich habe bis vor kurzem noch bei Porsche gearbeitet. Wieso ich nicht mehr bei Porsche arbeite, werde ich euch ausrichten. Und ja, nicht nur wieso ich nicht mehr bei denen arbeite. Ich habe natürlich auch keine Zeit für Porsche, weil die Anfrage die letzten Jahre einfach immens ist. Und ich konnte nicht einfach nur Mitarbeiter schaffen lassen, um die Kunden zu betreuen, sondern ich musste mich komplett selbstständig machen. Aber so sieht das Ganze aus. Das wird mein neues Reich sein. Es wird auf jeden Fall sehr interessant. Es wird auf jeden Fall richtig cool sein. Und dann seid ihr auch alle herzlich willkommen. Deswegen müsst ihr mich verstehen. Ich kann die Termine jetzt noch nicht fix machen, weil die Termine bis Juli erstmal voll sind. Und die Zwischentermine nehme ich erst an, wenn die Werkstatt wirklich tatsächlich fertig ist. Diagnosewerkstatt aus Lossburg-Lombach oder Lossburg-Sülzbach. Freudenstadt. Es kamen auch Leute aus München her, von überall, die mal die Diagnosegeräte ausprobieren wollten oder ein Problem mit ihrem Auto hatten. Also meine Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick gewonnen. Und wünsche euch alles Gute. Bis demnächst. Euer Mitmann live. Ciao. Ciao.